In meiner Instagram-Story zeige ich immer ziemlich oft, was ich gerade lese und was ich auch gerade lese. Und daraufhin bekomme ich immer einige Nachrichten von Leuten, die sehr gerne mal meine Leseliste sehen würden. Und in diesem Video möchte ich euch genau das zeigen. Mein persönliches Lesesystem ist in vier Kategorien aufgeteilt. Und zwar einmal im Gelesen, dann was ich gerade lese, dann mein Sub, also mein Stapel ungelesener Bücher und meine Leseliste, also was ich noch gerne lesen möchte in Zukunft. Und heute möchte ich einfach mal einige dieser Bücher aus den vier Kategorien vorstellen und dir einfach sagen, was ich momentan lese, gelesen habe, lesen möchte und hier zu Hause habe. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Büchern, die ich momentan lese. Da habe ich zum Beispiel einmal dieses Buch hier und zwar ist das Der Elefant, der das Glück vergaß von Arjan Brahm. Das ist ein buddhistischer Mensch und der hat einige buddhistische Geschichten niedergeschrieben, die ihm in seinem Leben passiert sind und die er gehört hat. Und das sind super schöne Geschichten. Und ich habe dieses Buch auch mal einer Zuschauerin von mir empfohlen, die zwar keine Buddhistin ist, aber sehr gerne dieses Buch auch mal lesen wollen würde. Lesen wollen würde. Und sie hat mir geschrieben, dass sie dieses Buch auch super, super cool fand und sich sehr gefreut hat über diese ganzen Geschichten hier drin. Und deswegen würde ich sagen, ich würde dieses Buch auch jeder Person empfehlen, die zwar keinen Bezug zum Buddhismus hat, aber einfach auf der Suche ist nach schönen kleinen Geschichten. Diese Geschichten sind nämlich meistens so ein bis zwei Seiten lang, manchmal auch drei oder vier, aber meistens sind es wirklich nur ganz, ganz kurze Geschichten. Und es geht viel um das Thema glücklich sein, zufrieden sein mit sich selbst, achtsam durchs Leben gehen. Es steht ja auch drauf, buddhistische Geschichten, um Freude in jedem Moment zu finden. Und so möchte ich das Buch auch beschreiben. Ich wollte es erst so machen, dass ich jeden Morgen eine Geschichte lese, um direkt so ein gutes Mindset zu haben, mit einem positiven Mindset durch die Welt zu gehen. Aber ich finde diese Geschichten einfach zu schön, um irgendwie mittendrin abzubrechen. Und deswegen mache ich es mittlerweile so, dass ich mich einfach so mal hinsetze und dann so drei, vier, fünf von diesen Geschichten lese. Ich habe noch nicht alle Geschichten davon gelesen, aber öfter komme ich auch zurück zu den Geschichten. Und deswegen ist dieses Buch unter, was ich momentan lese. Und es ist dann einfach so ein Buch, was ich zwischendurch immer sehr, sehr gerne mal lese. Was ich auch so dem Momentan lese, ist das Buch The Millionaire Fastlane. Dieses Buch habe ich damals von meinem Vater empfohlen bekommen und lese es jetzt schon ziemlich lange. Ich lese das Buch jetzt einfach schon seit drei Wochen oder so. In diesem Buch geht es, wie der Titel auch schon sagt, darum, wie man reich wird. Was jetzt irgendwie echt blöd klingt, wenn man es einfach nur so sagt. Aber es geht da nicht unbedingt darum, um Methoden reich zu werden und was du jetzt genau machen sollst. Sondern es geht eher um dein Mindset. In diesem Buch werden drei verschiedene Mindsets dargestellt. Einmal The Sidewalker, The Slowlane und The Fastlane. Und dieser Autor sagt, wenn du reich werden möchtest, musst du das Mindset eines Fastlaners haben. Und dieses Mindset eines Fastlaners erklärt der Autor in diesem Buch. Ich bin immer noch auf den ersten 200 Seiten. Also ich bin noch gar nicht so weit, wo er insgesamt 300 irgendwas Seiten. Aber ich liebe dieses Buch wirklich. Und ich habe schon mehrere Bücher über das Thema Finanzen und Wirtschaft gelesen. Und ich glaube, dass dieses Buch wirklich eines der besten Bücher in diesem Genre ist. Also falls du dich für Wirtschaft interessierst und für dieses Thema, würde ich das Buch wirklich ans Herz legen. Es ist etwas schwieriger zu verstehen, falls du kein English-Lative-Speaker bist. Aber es ist, wie gesagt, ein wirklich, wirklich gutes Buch. Kommen wir nun zu einigen Büchern, die ich in letzter Zeit mal gelesen habe. Also anerstes habe ich da diesen wunderschönen Roman Momo. Und ich persönlich lese nicht so viele Geschichten, sondern lese eher sowas wie Ratgeber und Sachbücher. Aber das ist wirklich eine Geschichte und ein Roman, den ich so schön finde. Also hier vorne steht drin, die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Momo ist ein kleines Mädchen ohne Eltern, das aber in einem Theater wohnt und sich dort auch sehr, sehr wohl fühlt und noch nicht zu einer Familie möchte. Denn sie hat ganz, ganz viele Freunde, die sie immer in ihrem Theater besuchen kommen. Aber eines Tages wird Momo entführt und kommt sozusagen zu dem Zeitwächter, der einfach der Herr und der Meister über die ganze Zeit ist. Und Momo wurde auserwählt, die Zeit zu retten. Denn es gibt ja die sogenannten Zeitdiebe, die versuchen, die Zeit zu klauen. Und Momo rettet einfach die Zeit. Und es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Ich glaube, manche Menschen bezeichnen das auch als Märchen. Ich würde es eher als Roman bezeichnen, auch wenn es vielleicht einen Ansatz von einem Märchen hat. Das stimmt schon. Außerdem habe ich auch als Hörbuch, deswegen auch leider hier nicht zu sehen, habe ich letztens gehört, das Buch, oh Gott, diese Grammatik, habe ich gehört, The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck. Der Titel ist inspiriert bei dem Buch, The Life-Changing Magic of Tidying Up bei Marie Kondo. Und man kann dem Titel schon entnehmen, dass es darum geht, dass man aufhören soll, ähm, to give a fuck. So aufzuhören, sich immer Gedanken zu machen über bestimmte Dinge. Und die Autorin spricht in ihrem Buch The Not Sorry Method an. Also die Methode, wie du damit aufförst, dich schlecht zu fühlen, indem du aufförst, dir über bestimmte Dinge Gedanken zu machen. Und ich finde diese Methode und die Ideen in dem Buch generell ziemlich cool. Und es hat mir auch in meinem täglichen Leben, glaube ich, sehr geholfen, aufzuhören, mich schnell nicht Gedanken über Dinge zu machen. Aber ich fand, dass das Buch sich so ein bisschen in die Länge gezogen hat. Also die Autorin hat in den ersten Seiten die Methode dargestellt und gesagt, wie man am besten aufhört, sich Gedanken zu machen und warum man das auch machen sollte. Und dann hat sie im restlichen Buch immer nur die Sachen weiter erklärt und nur die ganzen Beispiele getan. Also die Idee an sich finde ich ziemlich cool und es hat mir auch wirklich geholfen. Aber ich fand, dass es ziemlich langartig und monoton zum Ende hin wurde. Und deswegen hat es mich am Ende auch nicht mehr so interessiert, weil es wirklich nur das Gleiche, ob es immer wieder wiederholt worden ist. Trotzdem möchte ich das Buch aber weiterempfehlen, da ich die Grundaussage sehr schön finde und auch die Tipps, die sie ab und zu am Rand gibt, ziemlich sinnvoll finde. Ja. Kommen wir nun zu Büchern auf meinem Sub, also auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Ganz kurz eine Erklärung, falls ihr wisst, was es ist. Das sind Bücher, die ich hier zu Hause habe und noch lesen möchte, aber die noch ungelesen sind. Da habe ich jetzt diese drei Bücher hier ausgesucht und zwar haben wir da einmal, wie man Freunde gewinnt. Und ich habe mir dieses Buch ausgeliefert von meiner besten Freundin, deswegen sind hier auch schon Dinge markiert und das ist nicht von mir markiert, sondern von meiner besten Freundin halt. Aber ich freue mich so, so doll auf dieses Buch. Und soweit ich weiß, geht es in dem Buch um Kommunikation und auch wie man Kritik annimmt, wie man mit Leuten besser spricht und wie man diese Leute auch dann in dem Sinne gleich beeinflusst. Und ich finde das Buch wirklich, wirklich spannend und freue mich sehr darauf, das zu lesen, da ich bisher auch nur gute Rezensionen gehört habe und bisher nur gute Rückmeldungen dazu gehört habe. Deswegen denke ich mal, dass es ein ziemlich gutes Buch ist. Als zweites haben wir hier das Buch Das Muschelessen von Birgit und ein Nachname, den ich nicht aussprechen möchte, da ich es nicht falsch aussprechen möchte. Dieses Buch behandelt einen Familienkonflikt und spielt direkt an einem ganzen Abend. Dieses Buch habe ich auch meiner besten Freundin ausgeliebt und sie hat mir gesagt, dass sie das Buch sehr schön fand und den Inhalt auch ziemlich gut fand, aber dass das Buch etwas schwieriger zu lesen ist, da die Sätze sehr, sehr lang sind und sehr, sehr kompliziert geschrieben sind. Und ich habe mal reingelesen und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass es wirklich kompliziert ist zu lesen, da einfach alle Sätze haben, weil es wirklich zwei Sätze oder so, nur so ein Satz ist. Aber soweit ich weiß, geht es in dem Buch um das Thema Autorität und Patriarchat und so weiter. Ich kann dazu, wie gesagt, noch nicht so viel sagen, weil es ja nur auf meinem Sub ist und ich es noch nicht gelesen habe, aber ich bin ziemlich gespannt, das Buch zu lesen. Vor allem auch wegen der Sprache, da diese Sprache anscheinend wirklich schwer sein soll, aber schön sein soll. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und dann habe ich noch auf meinem Sub das Buch Ihr habt keinen Plan, deswegen machen wir ein. Darum machen wir ein, sorry. In diesem Buch geht es um das Thema Umweltschutz und Aktivismus und 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft. Ich persönlich mag strukturierte Bücher sehr gerne und freue mich deswegen auch, dass es diese 10 Bedingungen sind, die es da gibt, in denen man dann so abarbeitet im Laufe dieses Buches. Ansonsten finde ich das Thema natürlich auch interessant und freue mich jetzt schon auf dieses Buch hier. By the way, falls ihr einzelne Bücher schon gelesen habt, schreibt mir doch sehr gerne mal eure Kommentare, nein, eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und zwar ist es die Kategorie mit den Büchern, die ich noch gerne lesen möchte, aber jetzt nicht hier habe, sondern irgendwann in Zukunft irgendwann mal gerne lesen möchte. Da habe ich jetzt allererstes das Buch The Life-Changing Magic of Tidying Up bei Marie Kondo. Dieses Buch ist wirklich sehr bekannt und alle, die sich mit Organisation und Aufräumen und sowas beschäftigen, müssen dieses Buch bestimmt kennen. Es geht einfach darum, wie du richtig aufräumst, warum du aufräumen solltest und wie du das genau machst. Und mir wurde das Buch einfach schon so oft empfohlen, da ich ja viel über Minimalismus und Aufräumen ausmisten rede. Deswegen meinten sehr viele schon zu mir, du musst es unbedingt lesen, du musst es lesen, du musst es lesen. Und okay, deswegen lese ich es auch irgendwann mal und habe auf jeden Fall vor, das irgendwann mal zu lesen. Das nächste Buch ist das Buch Du musst nicht von allen gemocht werden. Und das Ganze ist in einem Dialog geschrieben, soweit ich weiß, mit einem Philosophen und einer weiteren Person. Und es geht einfach darum, sich nicht zu verbiegen und sich selbst zu sein und einfach zu akzeptieren, dass sich nicht jeder mögen muss. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich zu diesem Buch stehen soll, denn ich habe eine Umfrage gemacht bei Instagram und habe euch gefragt, wie ihr dieses Buch fandet. Und die meisten Antworten waren entweder ganz, ganz schlimm, also dass ihr das gar nicht mochtet, oder ganz, ganz doll. Also diese Schere zwischen ganz toll und ganz, diese Schere, okay. Aber die Schere war sehr, sehr groß. Ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und weiß gar nicht, ob ich das überhaupt lese soll oder nicht, da viele meinten, entweder es war total cool oder es war total blöd. Aber schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, falls ihr das Buch schon kennt. Und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Falls dir dieses Video hier gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald auch mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.